Hallo Leute, hier ist euer TableTennisGamer. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, was ihr so wahrscheinlich überhaupt nicht erwartet hättet. Und es tut mir leid, dass ich ein bisschen, ja, Zeit gelassen habe mit den Videos. Aber ich habe mich selbstständig gemacht. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch auf dem Japanisch-Kanal schon mitbekommen. Ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Japanisch-Kanal, mit den Japanisch-Online-Kursen und dem ganzen Zeug. Das heißt, da geht momentan sehr, sehr viel Zeit rein. Und ja, ich möchte aber diesen Kanal hier natürlich nicht vollkommen vernachlässigen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch Pokémon GO. Das ist wahrscheinlich etwas, was ihr so noch gar nicht gesehen oder erwartet hättet hier auf diesem Kanal. Und ich hoffe, das klappt mit dem Ton. Ich weiß gerade nicht, ob ihr den Ton aufnimmt. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt hier so wirklich richtig mache. Und ja, falls ihr den Ton nicht aufnehmt vom Spiel, tut mir leid, dann machen wir das beim nächsten Mal richtig. Ja, ich spiele Pokémon GO. Ich bin Level 30. Ihr könnt es hier schon sehen. Level 30 bin ich. Ich habe den Carpador als meinen Freund. Und ich habe hier unten den Freundescode euch eingeblendet. Ich habe 118 Freunde. Da können ihr sehen. Und das ist momentan so das, was ich hier mache. Wir sind nämlich sehr viel unterwegs. Ich zeige euch einfach mal hier ein bisschen, was ich habe. Wir sind sehr viel unterwegs momentan. Und während wir unterwegs sind und irgendwo hingehen, nutze ich dann in der Zeit, in der wir spazieren oder irgendwas halt machen, nutze ich die Zeit für Pokémon GO. Mayes Brüder spielen das auch. Die haben mich da so ein bisschen angesteckt. Und ich liebe solche Spiele eigentlich. Deswegen, ja, haben sie mich dazu getroffen. Was ich euch erzählen möchte. Ich habe vor einiger Zeit Yuxi gefangen. Ich kenne die Pokémon-Yam jetzt nur auf Japanisch. Zumindest die neuen Pokémon. Yuxi habe ich gefangen. Das war in diesem Raid Battle. Und es war mein erstes Pokémon, was ich im Raid Battle gefangen habe. Ja, vorher habe ich immer verkackt. Ich hatte immer Pech. Aber dann habe ich diese Yuxi gefangen. Es war so geil. Und ich habe Metamon gefunden. Es gab ja jetzt so, und ich weiß nicht, ob das in Deutschland, ist das in Deutschland eigentlich gleich? Die Pokémon-Missionen, hier sehen wir das. Das sind meine Missionen. Und hier gab es eine Mission, wo Metamon, Metamon ist Dito. Dito auf Deutsch. Dito auf jeden Fall 100% rauskam. Ich habe Dito aber schon vorher gefangen. Ich habe den so lange gesucht. Es gibt ja nur bestimmte Pokémon, die sich verwandeln können in den. Ja, auf jeden Fall hier, so sieht das momentan aus. Special bin ich in diesen Sachen hier. Hier muss ich jetzt, ihr könnt das natürlich nicht lese. Sehr fanisch. Koikin Go Shinkas, was er steht hier. Ich muss den Karpador weiterentwickeln. Deswegen habe ich den momentan als meinen Kumpelfreund da. Hier muss ich dann diesen Slymog, oder wie der heißt, muss ich weiterentwickeln. Ich habe den noch nicht einmal gefangen. Ich frage mich, wie man das machen soll. Und muss hier noch zwei, diesen Magma muss ich fangen und noch ein anderes. Weiß ich nicht, wie es auf Deutsch heißt, leider. Und hier in der Mission muss ich den Pokéstop sieben Tage in Folge betätigen. Muss 25 mal diese Apfelsine benutzen. Und muss zwei Pokémon mit einem Werkzeug sich weiterentwickeln lassen. Das sind momentan die Special Research Geschichten, die ich hier habe. Und jetzt möchte ich euch natürlich... Ah, hier. Gehen wir den Pokéstop mal kurz. Mach mal den Eimer. Sacken wir uns die Sachen ein. Möchte ich euch natürlich auch zeigen, was für Pokémon ich denn habe. Das sind meine momentanen Pokémon hier. Das ist mein stärkster. Der leuchtet auch. Den habe ich nämlich durch das Tauschen mit einem Bruder von Mayu. Habe ich die erste Entwicklung von dem bekommen und habe dann, ja, den weiterentwickelt. Hat jetzt nicht so, glaube ich, die guten Werte. Obwohl, ja, er leuchtet halt. Was hat er denn? Hier kann man ja das analysieren lassen. Und der hat, ja, gute HP. HP Max hat er, glaube ich, von den Werten her. Dann habe ich hier Rosereido. So, die ist auch einer meiner Lieblings-Pokémon. Die habe ich auch von ganz unten an hochentwickelt. Und die ist auch sehr, sehr gut, ja. Also hat hohen Angriff. Gefällt mir sehr gut. Und ja, das hier sind so die Pokémon, die ich habe. Die wollte ich euch natürlich auch einfach mal zeigen. Das sind ein paar hier. Latiasse habe ich... Latios ist das, ne? Latiosse habe ich gefunden in dem Research-Ding hier. Also in dem. Wenn man sieben Tage voll hat, bekommt man ja so ein Research-Ding. Da habe ich den gefunden. Und dann Yukushu. Hier ist Yukushi. Yukushi hat auch Max HP, glaube ich. Ja, ja. HP ist da, ist er auch Max. Habe ich gefunden im Raid-Battle. War super, super gut. Und Latios. Latias habe ich auch. Ja, mir fehlt... Lugia habe ich auch. Irgendwo, irgendwo ist hier noch Lugia. Hier ist Lugia. Mir fehlt nur Ho-Oh noch. Ich hoffe, den kriege ich auch noch. Der fehlt mir dann noch. Aber das hier sind so ungefähr mal die Pokémon, damit ihr einen Einblick bekommt. Weiß ich noch, habt Raichu. Raichu habe ich auch hier. Aora, Aora, Raichu oder so heißt der. Habe ich auch im Raid-Battle gefunden. War auch richtig, richtig nice. Habe ich mit Mayu zusammen gemacht. Mayu spielt auch ein bisschen. Ihr könnt mich natürlich gerne als Freund hinzufügen. Hier unten ist der Freundescode. Gengar. Gengar muss ich noch weiterentwickeln. Den habe ich noch nicht. Der Gengar fehlt mir noch. Ja, aber das hier sind so die Pokémon. Und vielleicht interessiert euch noch, welche Pok... Ah, Moment. Was euch vielleicht interessiert ist, welche Shiny habe ich? Ich habe ja ein paar Shiny-Pokémon. Da können wir mal hier... Moment, können wir mal kurz nachgucken. Das hier sind die Kida-Pokémon, die ich habe. Also die ich durchs Tauschen sozusagen bekommen habe. Die dann geleuchtet haben. Und, ähm, Ido-Chigai, ne? Die... Moment. Chi-Ci-Gai. Die Shiny-Pokémon. Da habe ich diese hier. Das sind die Shiny-Pokémon, die ich momentan habe. Mehr habe ich nicht. Die finde ich ganz gut. Den habe ich im Ei drin gehabt, ja? Und der entwickelt sich ja dann hier weiter zu diesem Ding. Finde ich auch ganz nice. Aber, ja. Das sind die Shinies, die ich habe. Mehr habe ich davon nicht. Und es regnet hier momentan, wie ihr seht. Das auf jeden Fall mein momentaner Stand. Ich wollte es euch einfach mal mitteilen. Einfach mal zeigen. Mein Pokémon-Go-Stand. Und es wird eine Serie werden. Ich werde euch jetzt immer mal wieder, wenn wir irgendwo auf einem Raid sind. Oder irgendwo hingehen und ich irgendwas Tolles fange oder so. Werde ich versuchen, das aufzunehmen. Und werde euch dann davon immer mal so in regelmäßigen Abständen berichten. Wie gesagt, Level 30 bin ich momentan. Es macht mir, es macht mir sehr viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. So beim, ne? Einfach spazieren gehen nebenbei, kann man das machen. Ich habe noch ein paar Tamago hier. Könnt ihr sehen. Das sind meine wunderschönen Eier, die ich gerade noch dabei bin. Ich jogge jetzt in Japan auch immer. Und dann nehme ich das Handy mit. Und dann sind diese Eier ruckzuck fertig. Ja, ganz schnelle Geschichte. Dauert gar nicht lange. Vielleicht könnt ihr noch gucken hier. Das sind meine Sachen, die ich so habe. Ne? Ich habe die Fushigina Ame. Damit, ne? Dieses Dingens. Raid Pass. Ich habe den EX Raid Pass bekommen. Ja, weil wir in einem so einem Dingens... Wie heißt das? Gym. In einem so einem Gym einen Battle gemacht haben. Und auf einmal wache ich morgens auf. Mach Pokémon Go auf. Was ist das denn? Ich habe einen EX Raid Pass bekommen. Okay. Da werden wir auch hingehen. Ja. Weil uns interessiert, was da rauskommt. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wenn wir Freunde sind, ich versuche euch Geschenke immer zu schicken. So viele wie ich habe. Das mache ich immer einmal am Tag. Dann schicke ich euch die vorbei. Und ja. Das ist so das, was wir machen. Ich kann nicht immer all eure Geschenke öffnen, weil man pro Tag ja nur 20 sind. Es glaube ich 20 Geschenke öffnen kann. Bei 118 Freunden. Wenn da jeder eins schickt, kann ich nicht immer alles öffnen. Das tut mir leid an der Stelle. Aber ich gebe mein Bestes. Nun, das soll es gewesen sein von dieser ersten Folge. Japanisches Pokémon Go, Leute. Ich glaube, da gibt es auf YouTube Deutschland. Gibt es keinen, der das macht, oder? Der auf Deutsch japanische Pokémon Go Videos macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie unterschiedlich die Pokémon Go Geschichten hier sind zum Deutschen. Momentan ist dieses Pikachu Event, weil im japanischen Kino gerade Meisterdetektiv Pikachu angelaufen ist. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Oh, guck mal, hier haben wir einen. Die sammle ich auch. Alter, der ist richtig. Der ist richtig auf japanisch, würde man sagen. Usai, ja. Weil von dem Typen braucht man. Wie viel braucht man von dem? Nehmen wir mal den Ball hier. Ich habe genau. Oh, Great. Great ist sogar rausgekommen. Von dem Typen braucht man 400. 400, damit er sich weiterentwickelt. Das ist wirklich... Also, fragt mich, bis ich den voll hab, wie lange das noch dauern wird. Ja, auch der Carpador, das dauert ja auch ewig, ne? Nun gut, ich habe jetzt 196 von dem. Ein bisschen eine Hälftehammer. Hälftehammer. Nun gut, das soll es gewesen sein. Leute, wir beschädigen nochmal den Pokestop. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Wieder könnt ihr mir gerne adden hier Pokémon Go. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!